Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Einfach über Spannungsschutz. Wir wollen uns heute mal mit einem Konzept für Blitzschutz auseinandersetzen. Wie sieht ein gutes aus? Ulf, du hast lange Planer betreut. Dort ging es immer am Anfang mit einem guten Konzept los. Was macht ein gutes Konzept aus? Kannst du uns da einmal weiterhelfen? Ja, es ist auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann sind es doch einige Elemente, die man beachten sollte. Wir gehen prinzipiell von einem ganzheitlichen Ansatz aus. Wir sollten in seriösen Fällen zunächst mal mit einer Risikoanalyse beginnen, um entsprechende Entscheidungen vorzubereiten. Ganz wichtig als Grundlage für ein gutes Überspannungsschutzkonzept ist, dass man das zu schützende Objekt in Blitzschutzzonen unterteilt. Darauf möchte ich dann auch nochmal eingehen. Letztlich schließt man daraus dann auch auf die Einbauorte für Überspannungsschutzgeräte. Man sollte natürlich auch die Schutzwirkung dieser Überspannungsschutzgeräte betrachten und letzten Endes dafür sorgen, dass sie auch koordiniert sind in ihrem Einsatz. Das sind eigentlich die Punkte, auf die ich hier mal eingehen möchte. Ich hatte anfänglich schon gesagt, wir haben einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, zunächst mal sollte man sich Gedanken machen um einen äußeren Blitzschutz. Aber auch Erdung und Potenzialausgleich sind natürlich Teil eines Überspannungsschutzkonzeptes. Wenn ich einen äußeren Blitzschutz habe, dann muss ich das natürlich koordinieren oder kombinieren mit einem inneren Blitzschutz. Und letztlich dann ein koordiniertes Überspannungsschutzsystem schaffen. Wir unterteilen für den äußeren Blitzschutz in mehrere Blitzschutzklassen. Es sind hier vier gezeigt. Die vierte spielt de facto in Deutschland keine Rolle. Grundlage dafür ist die Norm DIN EN 62305. Die Blitzschutzklassen sind im Wesentlichen gekennzeichnet durch die Größe der Einfangwahrscheinlichkeit und natürlich auch durch die Energie, die die entsprechenden einzufangenden Blitze haben können. Ich hatte schon die DIN EN 62305 als dem Blitzschutz zugrunde liegenden Norm genannt. Es sind daneben im Wesentlichen noch zwei weitere von Bedeutung. Zum einen natürlich die VDE 0100 443, die letztlich auch Vorgaben macht, wann, also unter welchen Bedingungen, ein Überspannungsschutz einzubauen ist. Natürlich leuchtet das jedem ein. Menschenleben dürfen nicht in Gefahr kommen, beispielsweise dadurch, dass geräte, lebenserhaltende Geräte in Krankenhäusern eben nicht mehr funktionieren. Unsere öffentliche Infrastruktur wird immer komplexer, immer sensibler. Auch die darf natürlich nicht ausfallen. Wir wollen auch keine Kulturgüter verlieren. Letztlich spielt es auch eine Rolle, wenn Menschenansammlungen in Räumen vorkommen und selbst wenn nur ein einzelner Mensch in ein Gebäude geht, wo sich elektrische Geräte der Überspannungskategorie 1 und 2 befinden, muss ich schon Überspannungsschutz betreiben. Na ja, wenn ich das jetzt mal vereinfachend zusammenfasse, ist das für mich so, Überspannungsschutz gehört in jedes Gebäude. Oder gibt es noch irgendwelche Gebäude, wofür das nicht zutrifft? Wir sprechen jetzt natürlich über Neubauten bzw. Erweiterungen von bestehenden Anlagen, die also nach dem Inkrafttreten dieser Norm VDE 0100 443 errichtet werden. Und da gebe ich dir recht, de facto ist Überspannungsschutz Pflicht. Wir hatten anfänglich als einen Punkt für die Erstellung eines Überspannungsschutzkonzeptes die Einteilung von Blitzschutzzonen genannt. Wir unterscheiden nach der Norm, ich blende das dann auch nochmal kurz im Text ein, nach der DIN EN 62305, unterscheiden wir zweimal die Zone 0, unterteilt in die Zone 0A und 0B. Die 0A ist also hier in dieser türkisen Farbe dargestellt. Das kann man sich vorstellen als Kugeln, die über das zu schützende Gebäude hinwegrollen. Das ist also der Bereich, in dem ein direkter Einschlag des Blitzes erfolgen kann. Man sieht ja, dass durch die Form des Gebäudes und durch den äußeren Blitzschutz diese Kugeln natürlich irgendwo zum Stehen gebracht werden. Und dass sich da so eine Art, ich sage mal, Schattenbereich ergibt. Hier weiß dargestellt, das ist die Zone 0B. Hier kann ein direkter Einschlag des Blitzes nicht mehr erfolgen, aber das elektromagnetische Feld wirkt. Und dadurch können natürlich Überspannungen eingeköppelt werden. Wir haben den gelben Bereich, das sind typischerweise Hausanschlussräume oder in diesem Industriegebäude hier der Traforaum, wo wir von der Blitzschutzklasse 1 reden. Dort gibt es also immer noch starke Restteilströme des Blitzteilstromes. Und dann gibt es diesen hellblauen Bereich, wo wir eben auch mit diesen letzten starken Transienten weitestgehend fertig geworden sind. Das ist dann die Blitzschutzzone 2. Darüber hinaus findet man hier in diesem Industriegebäude, das kann aber auch in einem Bürogebäude, zum Beispiel in einem Serverraum sein oder wer hochwertige Heimgeräte hat, kann das dort auch definieren. Das ist dann die Blitzschutzzklasse 3. Hier nochmal zusammengefasst im Text, so wie man das auch der Norm entnehmen kann. Ich hatte das Wesentliche dazu ja schon gesagt. Hier kann man das gerne nochmal nachlesen. Wunderbar. Jetzt haben wir die Blitzschutzzone gesehen. Du hast es mal angewendet auf ein Industriegebäude, auf ein herkömmliches Haus. Wie ist das bei anderen Anlagen? Wie wird das Konzept dort angewendet? Ja, die Methode funktioniert natürlich dort genauso. Beispielhaft habe ich hier nochmal eine Windkraftanlage dargestellt. Man sieht also auch hier alle Zonen, die ich genannt habe, mit Ausnahme der Zone 3, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Also ich habe auch hier den Bereich, wo der direkte Blitzeinschlag erfolgen kann, also die Zone 0A, weiterhin die Zone 0B, 1 und 2. Es ist das gleiche Prinzip wie bei einem Industriegebäude oder bei einem anderen Gebäude. Und um vielleicht noch ein weiteres Beispiel zu zeigen, haben wir hier einen Straßentunnel, der natürlich auch mit Überspannerschutz ausgestattet werden muss. Und auch hier kann man analog zu den anderen Gebäuden und Anlagen die entsprechende Einteilung in diese Blitzschutzzonen vornehmen. Ausgehend von dem Übergang von Zone zu Zone errichten wir dann letztlich ein mehrstufiges Schutzsystem. Ableiter Typ 1, Typ 2, Typ 3. Man sieht das hier zugeordnet zu den entsprechenden zu schützenden Geräten bzw. zu deren Überspannungsfestigkeit. Ja, ich hatte schon die DIN VDE 0100 443 genannt. Die sagt uns, wann Überspannungsschutz eingesetzt werden muss. Dazu gibt es aber auch noch die DIN VDE 534, wo man grob sagen könnte, das ist dann die Norm, die uns sagt, ja, wo und wie mache ich das denn? Und die gibt zunächst mal vor, dass mindestens am Speisepunkt der Anlage ein Überspannungsschutz Typ 2, mindestens Typ 2 eingesetzt werden muss. Es wird dann auch die schon genannte Blitzschutznorm insofern zitiert, dass beim Vorhandensein eines äußeren Blitzschutzsystems ein Typ 1 Ableiter zum Einsatz kommen muss. Und wo es noch auftritt, ist mittlerweile auch festgelegt, dass für Gebäude mit Freilandeinspeisung eben ebenfalls ein Typ 1 Ableiter eingesetzt werden muss. Zusätzlich zu diesen Mindestanforderungen müssen dann zum Schutz empfindlicher Geräte eben noch weitere Überspannungsschutzgeräte Typ 2 oder und Typ 3 eingesetzt werden. Ja, jetzt sagst du das und das steht ja auch so in der Norm, Typ 2 oder Typ 3 Ableiter werden da genannt. Wann benutze ich denn letztendlich welchen? Ja, zunächst hatte ich ja schon dieses kaskadierte System gezeigt. Man geht also von Typ 1 zu Typ 2 zu Typ 3 und die Unterscheidung in diesem Fall zwischen Typ 2 und Typ 3 könnte man grob so treffen. In der Unterverteilung hat der Typ 2 seinen Platz und wenn ich dann nochmal unmittelbar vor einem zu schützenden Gerät einen weiteren Überspannungsschutz setze, dann genügt dort auch ein Typ 3 Ableiter. Ja, bis hierher hatten wir de facto eine Kaskade von Überspannungsschutzgeräten oder Überspannungsschutzstufen dargestellt, wo wir praktisch von äußeren Einflüssen ausgehen, die auf unserer Anlage wirken. Die DIN VDE 0100 534 gibt darüber hinaus natürlich auch noch Hinweise zu anderen Störquellen, die zu beachten sind. Das können zum Beispiel Nebengebäude sein oder abgesetzte Anlagen im Äußeren, beziehungsweise eben auch Anlagenteile innerhalb der eigenen Anlage, die für Überspannung sorgen, zum Beispiel durch Schalthandlungen und auch dort muss dann natürlich mit entsprechenden Überspannungsschutzgeräten reagiert werden. Auch zu beachten und auch dazu äußert sich diese Norm, ist der entsprechende Schutzbereich des Überspannungsschutzgerätes. Ich kann also nicht davon ausgehen, ich habe jetzt einen Überspannungsschutz drin und ein für alle Mal ist das Thema gelöst, sondern in der Norm wird der konkrete Wert von 10 Metern genannt, wo ich dann davon ausgehen kann, dass der hier in der Verteilung eingesetzte Überspannungsschutz noch wirksam ist. Wenn ich mich also mit meinem zu schützenden Gerät weniger als 10 Meter davon befinde, ist alles gut. Gehe ich aber darüber hinaus, dann müssen zusätzliche Schutzmaßnahmen gegriffen werden. Hier ist ein einfacher Typ 3 Ableiter gezeigt. Man sieht, das ist ein Zwischenstecker, den man in die Steckdose einfach einbringen kann, der dann nochmal unmittelbar vor dem zu schützenden Gerät, das sich also weiter als 10 Meter entfernt befindet, wirksam wird. Ganz zu Anfang schon genannt, das Thema Koordination, das trifft uns natürlich in der Praxis auch immer wieder. Ich versuche es mal anhand der in den Geräten eingesetzten Bauteile zu erklären. Das sind also im Wesentlichen Dioden, spannungsabhängige Widerstände sowie Gasablader und Funkenstrecken. Die sind hier nicht ganz umsonst von links nach rechts aufgeführt. Wir haben zum einen eine Ansprechgeschwindigkeit, das ist im Prinzip so ein bisschen wie beim Fußball. Die kleinen, die sind eben besonders flink und andererseits ist aber eher das, was sie aushalten, also in dem Fall ihr Ableitvermögen, eben geringer. Und die links zu sehenden Bauteile sind eben eher in Typ 2 oder Typ 3 Ableitern eingebaut, während die Funkenstrecken am rechten Ende der Darstellung eher in einem Typ 1 Ableiter zur Anwendung kommen. Und dementsprechend muss natürlich sichergestellt werden, dass die zuerst eingreifenden Geräte Unterstützung vom jeweils stärkeren Gerät bekommen, bevor sie überlastet werden. Genau so, wie du gesagt hast, dass die Ableiter aus verschiedenen Komponenten besteht. Ich habe das mal mitgebracht, um einfach mal zu sehen, was diese Koordination denn bedeutet, um das so ein bisschen zu veranschaulichen. Du hast gesprochen von Funkenstrecken, die ableitfähig sind. Hier haben wir einen Typ 1 Ableiter mit Funkenstrecken innen drin. Man merkt auch schon, dass es, wenn man es fühlen könnte, der ist ganz ordentlich was an Gewicht in der Hand. Dazu ist ein Varistor-basierter Typ 2 Ableiter, der wesentlich kleiner ist und auch von der Ableitfähigkeit geringer ist. Dafür reagiert der um Nanosekunden schneller als ein Typ 1 Ableiter mit Funkenstrecken dort drin. Zusammengefasst kann man dann eben sagen, die Koordination bedeutet einfach, dass der große, ein bisschen langsamere Ableiter anspringt und anspricht, bevor der schnelle, Varistor-basierte Ableiter überlastet wird. Und wenn wir das gewährleisten, dass diese Koordination greift, dann haben wir ein sauberes und funktionierendes, ordentliches System. Ja, Achim hat jetzt natürlich zwei Überspannungsableiter aus dem Portfolio von Phoenix Contact gezeigt. Das sieht man schon an der Farbe und an der Form, dass die beide sich sehr ähnlich sind. In der Praxis trifft man aber eben häufig auch die Aufgabenstellung oder die Problemstellung, ja was mache ich denn, wenn ich Überspannungsschutzgeräte verschiedener Hersteller habe? Wie ist es denn da mit der Koordination? Es ist nicht ganz so einfach, dass man immer sagen kann, ich muss unbedingt Überspannungsschutzgeräte nur eines Herstellers nehmen, damit die Koordination gewährleistet ist. Man sollte im Zweifelsfall immer mit dem Hersteller sprechen. Wir von Phoenix Contact geben zum Beispiel eben auch die Gewähr für Koordination mit anderen Fabrikaten für unsere Geräte. Wichtig ist aber in diesem Zusammenhang auch ein Merkblatt des Ausschusses für Blitzschutz, was ich hier mal kurz mit eingeblendet habe. Das ist das ABB-Merkblatt 19, wo die prinzipielle Vorgehensweise für die Koordination von Überspannungsschutzgeräten verschiedener Hersteller dargelegt wird. Ich möchte da nicht im Einzelnen drauf eingehen, man kann sich das im Internet herunterladen. Prinzipiell ist es aber so, dass die Koordination zwischen dem ersten Typ 1 Ableiter und dem ersten Typ 2 Ableiter hergestellt wird. In dem man möglichst Fabrikate eines Herstellers nimmt, beziehungsweise Fabrikate für die, der Hersteller die Gewähr gibt, dass die Koordination gewährleistet ist. Verzweigt sich die Anlage hinter diesem ersten Typ 2 Ableiter noch weiter, dann ist es in der Regel möglich, auch verschiedene Fabrikate noch einzusetzen. Jetzt sind wir im Schnelldurchgang schon wieder am Ende. Ich habe die wesentlichen Punkte eines Blitzschutz- und Überspannungsschutzkonzeptes dargelegt. Man kann ja noch mal prüfen, habe ich alles, also Blitzschutz-Zonenkonzept als Grundlage, die Einbauorte, die Festlegung der Einbauorte der Überspannungsschutzgeräte. Die 10-Meter-Regel ist zu beachten, also die Schutzwirkung des Überspannungsschutzgerätes und nicht zuletzt, gerade genannt, die Koordination von Überspannungsschutzgeräten. Und wenn ich da überall einen Haken dran machen kann, ich denke, dann habe ich ein gutes Überspannungsschutzkonzept. Herzlichen Dank, Ulf, dass du uns hier auf dem Weg zu einem Überspannungsschutzkonzept geholfen hast, hier die Frage soweit erstmal beantwortet hast. Und wir werden hier in Zukunft weitere Fragen ansprechen. Wir werden sie beantworten an genau dieser Stelle auf diesem Kanal. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt oder Anregungen, gerne eine kurze E-Mail an traptec-support-at-phoenix-kontakt.de. Herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.